Es ist ein alter Konflikt, der da gerade wieder aufflammt. Während die einen sorgenvoll in die Zukunft blicken ... Das sind sicher schwere Zeiten für Bayerns Wälder. Weiß ich nicht, ob ich lachen soll, oder manchmal werde ich auch ganz schön aggressiv dadurch. Geht für andere ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich bin von klein auf jagdbegeistert, und ich glaub, das passt schon zusammen. Auf der einen Seite Pro-Wald. Naturschützer, Förster und Waldbauern, die sagen, damit der Wald überlebt, braucht es mehr Jagd. In vielen Gebieten, in Bayern, in vielen Wäldern, sind die Wildbestände viel zu hoch. Auf der anderen Seite Pro-Wild. Jäger, die sich gegen höhere Abschussquoten wehren. Allen voran der Bayerische Jagdverband. Und in diesem Wald-Wild-Konflikt mischt jetzt er mit Hubert Aiwanger. Passionierter Jäger und Mitglied im Bayerischen Jagdverband. Hier am Montag bei der Wildtierfütterung in Schliersee. Als Wirtschaftsminister ist Aiwanger neuerdings auch Chef der Bayerischen Staatsforsten und der obersten bayerischen Jagdbehörde. Die Debatte um Wald und Wild, sie war immer emotional seit Jahrhunderten und sie wird emotional bleiben. Genau das fürchtet Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz. Dass die Verantwortung für Staatsforsten und Jagd, jetzt ausgerechnet bei einem Jäger wie Aiwanger liegen soll, macht ihm Sorgen. Denn dem Wald geht es schlecht. Nur jeder zehnte Baum gilt als gesund. Und die frischen Triebe frisst das Wild besonders gern. Hier ist auch eine, die ist durchgewachsen, eine Eiche. Hier kommt schon was hoch, aber hier wird auch was verbissen. Damit die Waldverjüngung gelingen kann, müsse mehr gejagt werden. Strausberger vermutet jedoch, dass der neue Jagdminister da andere Vorstellungen haben könnte. Die Jagd, die ja auf der ganzen Landesfläche ausgeübt wird, soll ja die Grundlagen schaffen, dass wir zukunftsfähige Wälder bekommen. Und mit einer Jagdpolitik, wie sie Hubert Aiwanger vertritt, ist das nicht zu erreichen. Tatsächlich hat sich Hubert Aiwanger auch kritisch zu Forderungen nach mehr Abschuss geäußert. Etwa heuer auf dem Landesjägertag. Und als Anwalt des Wildes sind wir eben gefordert, intelligente Maßnahmen einzufordern und nicht nur den Abschuss. Der Bund Naturschutz meldete deshalb Bedenken an, in einem offenen Brief an Markus Söder. Aiwanger wies die Kritik umgehend zurück und sprach von eigentumsfeindlichen Öko-Ideologen. Also kein Grund zur Sorge? Tatsächlich steht der Grundsatz Wald vor Wild ja so im Waldgesetz und wurde im Juni im sog. Waldpakt durch die Staatsregierung bekräftigt. Aber was genau bedeutet Wald vor Wild? Ich verstehe darunter, dass man Wald und Wild in einer vernünftigen Balance hält. Das Schlagwort Wald vor Wild wird teilweise als Kampfbegriff benutzt, um zu sagen, wir müssen hier noch radikaler jagen. Doch was ist eine vernünftige Balance? Wie viel Jagd braucht der Wald? Wolfgang Kornder vom Ökologischen Jagdverband gehört zum Lager Pro-Wald. Er fürchtet, es könnte sich etwas zu Lasten der Wälder verschieben. Etwa bei den Drückjagden, bei denen auf einen Schlag viel Wild erlegt wird. Wir brauchen die Drückjagden, anständig durchgeführt, gut organisiert. Das wäre eine Angst, die wir haben, dass da, wenn sie nicht verboten werden, dass sie dann zumindest eingeschränkt werden. Tatsächlich fordert der Präsident des Bayerischen Jagdverbands, die Drückjagden insbesondere in den Staatsforsten zu limitieren. Und Aiwanger kann sich eine Neubewertung durchaus vorstellen. Sie bleibt als Werkzeug erhalten, aber eben mit Vernunft und sorgsam eingesetzt, nicht als Generalwerkzeug. Dabei sehen viele Förster und Waldbauern gerade in der Drückjagd eines der effektivsten Werkzeuge. Und Wolfgang Kornder fragt sich außerdem, was kommt 2024? Dann steht nämlich das neue forstliche Gutachten an, das die Grundlage für die Abschusspläne ist. Aiwanger hat schon angekündigt, die Waldbauern stärker in die Pflicht nehmen zu wollen. Doch da muss er erst mal an Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniba vorbei. Denn der Forst fällt weiterhin in ihr Ressort. Sie hat zuletzt bekräftigt ... Wir werden ideologiefrei und faktenbasiert die Interessen der Waldbesitzer vertreten. Eine Spitze gegen Aiwanger? Das wäre mein großer Wunsch, dass wir ideologiefrei mit dem Thema Wald und Wild umgehen. Zwei Fronten und jetzt auch zwei zuständige Ministerien. Das lässt vermuten, dass dieser Konflikt so bald nicht gelöst wird. Das war's nicht so bald. Das war's nicht so bald. Das war's nicht so bald. Vielen Dank.